Ich weiß nur, dass es sich dabei um legendäre Persokons handelt. Legendär? Es ist eine Art urbaner Mythos, der sich über das Internet verbreitet hat. Angeblich wurde eine Serie von Persokons unter dem Decknamen Chobits entwickelt, die völlig selbstständig denken und sich bewegen können. Dieser Persokon könnte einer der Chobits sein. Von den legendären Manga-Machern Clamp kommt der langersehnte Anime Chobits. Sehr gern. Das erste Mal in deutscher Synchronisation. Chobits. Überall zu haben ab Juni 2005. Du darfst dich nicht in ihn verlieben, sonst kriegt er dir das Herz.